Ja ist okay, lass mich mal kurz einfach nur die Waffe wechseln, dann machen wir halt Gehen wir mal ein Stückchen höher, dann nennen wir mal unsere Position Normalerweise müsste der Dude eigentlich verbieten, rein theoretisch Das hatte ich ja vorher schon gesehen, 16 Schuss nur noch Solange der Heavy jetzt noch nicht hochkommt, das ist ganz okay, muss ich sagen Kann ich die Tür zu machen? Natürlich nicht Kannst du mich sehen, ich dich aber nicht Ah, okay, es ist der Heavy Ruhren wir ganz kurz mal die Mumpel wechseln Oh Jetzt muss ich die Mumpel wechseln Oh, okay Ah, du bist auch ein Heavy Okay, oder auch nicht Du warst kein Heavy, ist okay Da habe ich ein bisschen, oh, du bist auch noch keiner Da habe ich gerade vielleicht ein bisschen überreagiert So, da bist du Und da jetzt können wir nochmal die Dinge zu wechseln So, hier haben wir auf jeden Fall Alienware, okay Einmal die Dinger, die ich Pütze deaktivieren Sehr schön Sind schon mal alle fort Ähm Da haben wir den Sniper Und? Oben soll noch geschossen werden Keine Ahnung Egal Ähm, okay Und das Zahn sind sie auf jeden Fall nicht Schade drum Aber egal Äh, 16 Schuss Der ist jetzt auch nicht so geil Könnte weiter hochgehen Oh, ich darf hier so einfach hin Ja Keine Ahnung, wie gesagt, von wo ich angeschossen wurde Aber hey Ich muss ja auch irgendwo den, den, den Server noch finden Egal Äh, da hat's, hat ja Tür öffnen Ja gut, dann ist das so Ähm Zack 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 Ah Okay Wenstens hat er sich da festgehalten Das heißt, das ist wahrscheinlich dann wirklich unser Exfiltrationspunkt Ähm Zack Und runter So, dann rutschen wir da mal runter In der Hoffnung, das ist auch wirklich Also ich würde auch schon ganz gerne ein bisschen schneller rutschen, aber naja gut Gut, dann rutschen wir den Dude halt an Oder um Oder Naja, was auch immer Okay Mach da alleine So ein Take-On So, wir müssen den Dude Ah Okay Und natürlich praktisch, wenn der Dude da schon drin ist Gut, dann müssen wir aber erstmal hinkommen Ja, ja Schnauze Oh So So, dann nehmen wir die einfach mal raus Alter, von wo aus die Mini übersehen Ach, da ist er Natürlich So, zack Müssen wir halt denn doch nochmal Wissen Gewalt Leider einwirken lassen Wo ist hier Trippelkrabbel? So, das ist jetzt aber kein Problem Denn dort Machen wir einmal so Und dann machen wir einmal so Und dann machen wir einmal so Und dann ist er auf jeden Fall auch geschichtet Aber das ist halt wirklich schon eine lange Mission, ne? Viele Aufträge Die halt sehr weit weg sind So Ja, ja, ja HQ, bla 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 War eine, hä? Da Also Kamerack Gedöns Uniform 1, Uniform 1 We lost the enemy I repeat We lost him Okay Haben mich auch schon wieder verloren Das ist sehr, sehr gut Copy Keep looking He must be found Out Andere wird hoch Die kannst du behalten Nein Schade So, zack Oh, es kommt noch eine Ich hab noch sie zum Schluss Dann kommen immer noch welche So Wir und dafür gibt es jetzt keinen Keinen Schiefmitt oder sowas So Äh, Schluss noch Das sollte jetzt aber reichen Ich hab jetzt noch ein bisschen Schuss Für den Potenzialen Sniper und sowas Die Bro Äh, gut, damit können wir jetzt nicht anfangen Äh, B3 Ich müsste Noch einen höher Gut, nochmal Ich hab hier noch eigentlich genügend gekillt, ne Ja Die Bro Dann können wir halt nämlich noch ein bisschen plündern Dann passt das Da haben wir nochmal Können wir noch ein bisschen plündern Plünder machen Da können wir noch ein bisschen plündern Dann sollten wir eigentlich wieder einigermaßen ausgestattet sein Von Munition her Die zwei da oben Und mit der Schlüsselkarte kommen wir denn zum Hauptrechner Okay, dass man halt wirklich in diese Reihenfolge muss Ähm Oh, einmal gespeichert Gebt Ruhe Und ich hoffe mal Dass wir damit jetzt auch Da hinfahren können Aber schon der Ding ist, ne Ähm B1 Wenn er auf B2 ist, ist B1 ja eigentlich naheliegend Da ist er Aber interessanterweise ist, dass wir nicht auf B2 kommen, ne Einfach mal schön aus dem Fahrstuhl raus Nein, ich muss da erst hin Frage ist halt wie Okay Ähm Sorry Oh, hi Nein Wer schmeißt da eine Granate Sniper da hinten Zack Jetzt müssen wir halt nur noch runter Die Frage ist halt nur Wie komme ich runter? Ja, ja Kamera kann mich mal Dann mal kurz mal nach Ja, ist ja auch Spaß Weil ich hier hoch kann Hm Shit Dass das ein Heavy ist, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt Der sah irgendwie anders aus Aber ich habe es gerade nicht so wahrhaben wollen Nochmal B3 Ne, B3 sind wir Und nochmal B1 Ich muss ja dann von B1 runterkommen Habe ich den Dude jetzt eigentlich schon getötet? Auch jetzt nicht hier so Ach doch So B2 Bringt mir Super Super Gar nichts Andere Seite Dachte ich kann da jetzt einmal so rauf Und einmal drüber Und habe fertig Aber Wieso kann Okay Kann er doch Nee Runter ist Schwachsinn Okay Ich muss manchmal einfach nur Leertaste ein bisschen länger festhalten Ist das jetzt ungünstig? Damit sind die auch die Geschichte Denn Leider sind wir jetzt schon wieder alle auch misstrauisch Aber so an sich sollte es jetzt nicht so das Problem sein Gut, dass ich das nochmal An sich ist es denn gar nicht mal so dumm An sich gar nicht mal so dumm, dass ich geschloren bin So von der Effizienz jetzt her Ähm Da haben wir den Heavy